Nein, ich werde es mal so testen. So, da sind wir live. Was geht ab? Was geht ab? Back to the game. Erstmal wieder Fenstermodus ausmachen. Anheben? Wie mache ich das denn? Zielmodus und dann kannst du Steuerkreuz oben machen. So. So. Kann ich nicht aus der Hüfte so anheben? Seitdem wir das letzte Mal gestreamt haben, habe ich mir diesen... Weißt du, dass ich so aus der Hüfte schieße? Es gibt aber auch so, dass die Leute ihre Hand auf dem Abzug halten und dann ganz viel schießen. Hast du das auch schon mal gesehen? Ja, das hat er nur eben gemacht. Ja, ja, kann ich auch. Wenn du beim Gegner bist, einfach die ganze Zeit so machen. Da, so. Wie machst du das? Äh, nicht mal zielen, also Waffe weg und einfach RT. Geil, den meine ich doch, Alter. Ja. Was seht ihr das? Nur einmal, Alter. Du musst beim dann. Also einmal und dann direkt beim die ganze Zeit jetzt. Gar nichts. Hast du noch Schuss? Na, ich muss noch grad die Tür in der Küche zumachen, weil da kommt die Sonne rein. Ist belastend. Ah ja, okay. Der erste Schuss darf nicht schon gefeuert werden. Okay. Anscheinend. Und wenn du zielst und deine Steuerung links machst, dann geht er auf die andere Schulter. Wenn du nochmal nach links her wechselst, dann hat er die ganze Zeit die Schulter. Was macht er? Zier, die sein Steuerung links. Bin schon da. Waffe mich in die linke Hand. Ich hab auf meiner Vermint jetzt auch ein Zielfeindrohr drauf gemacht. Aber nur das mittlere. Ich überleg irgendwie mal gucken, wie es in der Mission gut läuft. Das ist eigentlich ziemlich easy damit dann zu kämpfen. Und das weite sich dann lohnt. Aber eigentlich ist man ja in der Mitte weit entfernt. Ja, aber du kannst einen auf Sniper machen, ne? In der Welt. Ja, Sniper würde ich sowieso gönnen. Odi, Hanke! So machen. Bei Witt ich hab... Also wir und ich haben eben ein Foto von einer Frau gemacht, ne? Die so ein Matsche Gesicht gesucht hat. Achso. Und dann haben wir uns auf jeden Fall geschickt, um die Grafik zu testen. Nur was Grafik aussieht und wie meine aussieht, als ob das verschiedene Spiele wäre. Aber so an sich, die Welt sieht halt gut aus. Nur wenn du wirklich ins Detail gehst, siehst du das voll, dass das nicht so hoch gestellt ist. Ja. Wie viel Gigabyte kannst du da verbrauchen an der Grafik? Ich? Ach, Gigabyte. Ne, ich meine, nein, erst mal. Also, ich hab noch 3. Ich hab noch 3. Ich hab noch 3. Nö, wenn das auch alles auf Maximum geschaltet ist, das glaube ich bei 3.8. Ah ne, ich kann nur 2 benutzen. Ich glaube, ich kack das ab. Okay ich bin. Oh mein Gott. Ist das schon wieder? Wir werden einen Sprecher-Company-Stagecoach. Ein Sprecher-Company-Stagecoach. Ein Sprecher-Company-Stagecoach und ein bisschen Unions. Ja, das ist schon wieder. Ja. 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 Ja, ich bin zuerst mal wieder. Ich komme zuerst noch und dann wieder hier zu treffen. Ich glaube den den ich nicht habe kann man gar nicht greifen. Ich dachte nur einzigartig. Das Outfit weiß ich nicht anders. Ähm, es sind zwei Punkte markiert. Nach Strawberry oder zu Great Plains? Das ist also egal wohin. Ich habe jetzt nicht mehr zugehört den Typen zu ehrlich gesagt. Auch nicht, ja. So und wir... Robbery direkt ist doch hier in der Nähe, ne? Ja, guck mal was hier in der Nähe ist. Robbery ist doch im Norden jetzt, ne? Ab nach Norden. Ich war jetzt schon fast überall hier, ne? Schönste Gegend ist glaube ich Hannover, finde ich. New Hannover oder wie das heißt? Ja, weiß ich gar nicht. Ich war jetzt gestern zum ersten Mal. Weil ich... Wenn ich halt bei so einem Haus, wo so ein Typ liegt, ist total schön dort die Gegend. Äh... Was hast du gesagt hier? Schön in der Gegend dort. Wie denn dann mit so irgendwas mit Haus? Ja, das Haus, wo so eine fremde Person wurde, wo du so Quester holen kannst, ne? Ja, okay. So, das ist sehr schön dort. Wow! Man fährt's! Wie auch fährt's! Er hat's hingefallen, ne? Sind wir schon da, oder was? Ich bin hier außerhalb auf dem Berg, Mann. Was ist das? Was ist das? Yo, Alter! Die Strawberry einnehmen? Ja, aus geht's, Leute! Pferd, kannst du eigentlich irgendwas, ne? Ich wüsste, ich kauf nur Pferde auf Wecker die ganze Zeit. Die Scheiße. Du Fatale, das. Du Fatale, das. Okay, jetzt nur... Man, der ist direkt gestorben, Alter. Ich fände da eigentlich einen, Bastard. Was ist denn jetzt mit dem, Alter? Au! I'm out of fire! Take fire! Nicht besitzen! Ich bin tot, ne? Das fände ich Fatale, Mann! Ich könnte kotzen, ey! Ah, Noah, hinter dir! Ich bin auch tot! Ich bin aus dem Haus rausgekommen! Okay, wir haben keine Leben mehr, ne? Ich hab' ne Schafke in meinen Arsch da bekommen, Alter. So, mir reicht's jetzt, Alter, ey. Mit Tartet Fährt, ey. Ich wünsch' das Erschießen, ey. Ich bin schon von denen, dass wir wiederbeleben. Oh, fuck, gut. Ja, das war auch voll unnötig gerade, ey. Das war ein Trollpunkt, ne? Ach so. Äh... Kontrollpunkt neu starten. A drücken. Oha? Also... Muss ich auch machen. Alter, das fährt erstens über einen Baum stumpf, hat das mit dreifachen Salto gemacht, Alter. Halbtote und dann läuft das in der Stadt und bleibt nicht stehen, wenn ich R1 drücke. Ich bring' das... Okay, konzentriert euch mal ein bisschen. Tschüss. Tschüss, ich brauch dich nicht. Kutsche brauchen wir. Ach, wie in der Hinrichtung. Verdammt, der böse war, aber ich hab ihm mal down gemacht. Alle sind böse. Ich hab' vorhin in den Stein geschossen, ne? Ich hab' vorhin in den Stein geschossen, ne? hitze. Ach so. Okay... Äh... Kommen die aus dem Gefängnis raus? Die wollen in die Kutsche rein! Der dringende Batch, ja... Alter, wir sind 3-Stunden-Sport. Ah, super, Alter. Ah, mein Charakter kommt irgendwo hin, Alter! Naja, bei mir war's ja gar nicht, was der Kart-Time gezeigt, Alter! Ich meine, er bewegt sich wieder nicht, Alter! Das meine ich! Was soll der Scheiß-Game? Dann mach nicht so eine Scheiße, kill mich einfach direkt, ey! Müssen wir die Gefängnestypen töten? Keine Ahnung... Stehen die... Bisschen auf jeden Fall. Alter Schwede, ich hatte dieses... Oh, du kannst jetzt nicht mehr schnell laufen, du bist jetzt... Gleich bist du tot. Guck mal, der ist Sniper raus, Alter! Jo, haut die einfach ohne mich ab, oder was? Oh, der läuft ja auch zu Fuß, Alter, ja... Und der hat den Couch... Und mit den Embassad ist... Fährt! Schneller fährt! 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 Kea, wo ist der 7ー5? Oh mein Gott... Ich häng bleib drin, sie sterben pferd, einmal weiter, einmal weiter, weiter du, weiter, okay, oh mein Gott, wunderbar doch mal, ich hab's ja vorne, ach so neul, dinge, und auf geht's, ist gar nichts passiert, weil die kleine Kutsche ist das, ja die Ferngeskutsche ist sehr schnell, die ähm, die sind ja voll nah, alter, wir können selber machen können, alter, du musst ja die andere holen, ne, wir kommen auch hier zu einer, neul, spawnt das einfach vor uns, das blöde Pferd, ja, nice, weiß, das sieht wieder so nach Abgrund aus, neul, die ist überall Abgrund, oh mein Gott, wo ist mich jetzt, deswegen sollte man immer den Weg folgen, da ist man immer eine Dreckung tot, neul, du bist jetzt grad mit deinem Pferd dann tot gesprungen, wir sind schon da, Leute, oh hey, eben hast du die ganze Zeit nicht gewusstet, halt dein Maul, da vorne, da vorne, ich hab sie, jo, ich weiß nicht was du meinst, das war uns gar nicht schall, ne, das war geil mit dem Regen und so, sieht schon mega aus, Alter, der Himmel sieht bei mir halt richtig gut aus, ne, bei mir? Jo, könnte, könnte es geiler sein, super, sieht richtig böse aus, ne, ja, die Sonne da durch, sieht realistisch aus, ne, das sieht realistisch aus, ne, oh, der D, der D, der D, der ist wirklich gesteig gelaufen und bieten, der Fett war in die Strecke, der D, der D, ich geh mal weiter hin dem Weg, ne, der D, der D, der D, der D, da unten, was ist das da, geradeaus? Ne, da, 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 am Baum, am Baum, ich hab ihn gefunden, oder was? Was hielt ihr? Ich hab mal gesprungen, Alter. Da hinten am Baum, bis dahin was weiß ist. Boah, hier ist einer, ich brauch Hilfe nirgends! Holy shit, lau pferd! Ich hab die Typen da drauf getötet, aber, alter Schwede, ey. Stop! Ich hab's gehauen, ja, alles klar, alles klar, pferd, ja, aha, komm mal her! Kann sein Pferd nicht erschießen! Oh, da fallen die Schuhe, Alter. Sind die alle tot gewesen? Oder habt ihr noch welche Kälte, ich hab noch keinen Schiss gehört? Und auf geht's! Der fällt einfach runter! Oh, da! Ha, 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 wieder runtergefallen ist einer, richtig realistisch! Komm, Melcher, prepare your anus! Come on! Der schießt auf meine Fehler, der Bastard! Voll falsch gefahren, aber egal! Wir können auch Pferd einschreien fahren! Na ja! Der wohnt ja eh irgendwo im Wald, einer! Boah, ich bin ein Meisterschützer einfach nur! Ehhhhh! Au! Der schießt immer noch niemand! Vielleicht kennt er die irgendwo! Und neben da ist auch einer! Bläh, von mir, Alter! Was ist mit dem, Alter? Boah! Der Blut ist ja wirklich eklig! Der hängt ja noch voran, Alter! Ich bin doch schon erschossen! Ich glaube, der lebt noch! Haha! Ja, ja! Komisch! Au! Der schießt doch ganz fett, der Wichser! Okay, weiter! Wollen hier eigentlich alle von mir? Gehen wir zum Noor! Ich bin doch nicht in den Weg! Ja! Ich bin doch nicht in den Weg! Ich bin doch nicht in den Weg! Ja! Gehen wir zum Noor! Was ist denn da los? Wer ist denn da los? Okay, stick together. Keine Ahnung warum du jetzt den Grund gesehen hast hier rein zu fahren, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab's noch ein Cent-Denis und wir bringen es zu Ende Aber steht im Trink bestimmt wieder 30 Gold oder so 30 Gold War auf jeden Fall ne ganz coole Mission So was, was hilft ein Tee trinken oder sowas? Ja oder einfach aus dem Holz halten Nein weißt du was da wirklich hilft? Äh warte warte ich weiß es stopp stopp Heißer, heißer Milch mit Honig Stop 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 Ich wollt eigentlich sagen Schwanz aber okay Ne Schluck Wodka oder irgendwas anderes hochprozentiges Echt? Ja zum Beispiel Ich hab nix viel Ich hab gestern schon den Rum ausgetrunken Den Honig Rum? Jaja Ich hab jetzt noch eine Flasche Ja? Wurde sagen zu der Einwahrung zu deinem Haus ne? Jo Ja wir haben sogar mal Bronze, äh Silber bekommen alter Nice, nack ich mich an dir Erneut versuchen wurde benutzt Fuck Guck mal was machen die Pferde da? Baden oder was? Ihr seid so abhängig von uns ne? Ihr könnt nicht mal zwei Meter entfernt wohnen ne? Guck dir das an wie Kai Also bei mir sieht das Spiel einfach soo gut aus Auch heftig einfach nur Da hinten ist was rot Kennen wir die oder was? Warum sind die rot? Nächste Mission wird nicht angezeigt ne? Ne es dauert glaube ich immer ein bisschen Wir könnten nach Strawberry gehen Und diese beiden Autos davon verscheuchen die da rot angezeigt werden Und dann machen wir Steckbrief Manchmal gibt es halt ähm Missionen wo du andere Truppen abknallen musst ne? Ja ist das wahrscheinlich Nicht nur Werten eigentlich vorhin nichts mit denen zu tun Du haben Schadenuhr? Jo! Du suchst jetzt hochprozentiges Du suchst jetzt echt was hochprozentiges Hehehe Ich meine mal zu zweit schaffen wir die auch Wir sind die Profis, Alter Ich schreit jetzt da hinten in einer dicken Shotgun, Alter Wir kriegen die aufs Maul dann Oh mein Spiel ist abgestürzt Ok Ich muss tatsächlich runterstellen ne? Für Streamsata, das kotzt mich echt an Wir sehen uns beim nächsten Mal.